Das reicht für die nächsten zwei Stunden. Hallöchen liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen Vlog auf TOBRA. Ihr wisst, was ansteht. Uni, ihr kommt mit. Los geht's. Wir sind wieder an der Uni angekommen. Ich spaziere jetzt. Warte, ich muss eigentlich erst mal gucken. Wo ich überhaupt Unterricht habe. Das kann man doch glatt mal machen. Hallöchen. Ja, okay. Ich muss ins andere Gebäude. Bis später, Leute. Fua. Jo, Leute. So, Vorlesung ist vorbei. War heute mal wieder richtig sinnvoll. Wir haben eigentlich nur so Musikvideos angeguckt. So ein, zwei Sachen haben wir noch besprochen. Weil, also es ging um das Thema Musikvideo oder Produktion von einem Musikvideo. Und, so, da kommt Naudor. Warten wir mal. Weil ja Fußgänger eigentlich hier auf ein paar Platz Vorrang haben. Aber gut. So, also wie gesagt, es ging darum, Produktion Musikvideo. Und, ich glaube aber, dass sie gestern, also da wo ich nicht war, haben sie mehr drüber geredet. Und heute haben wir uns halt nur Musikvideos angeguckt. Hätte ich auch daheim bleiben können. Aber na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich zu Hause bin. Bis dann. Fua. Bis dann. Jo, Leute. So, ich bin wieder zu Hause. Der Kumpel ist immer noch da. Wir haben uns jetzt schön was zum Essen gemacht. Ich denke mal, das reicht so für die nächsten zwei Stunden. Ja, hier ist mein Essen. Ich habe, ähm, wie heißt das? Tortellini? Ne, Ravioli. Und man hat Spaghetti Bolognese. Ja, Freunde. Das war's dann mit dem Video für heute. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Fua.